Herzlich willkommen zu unserem Video über den Zebra RS5100. Der robuste Bluetooth-Ringscanner erfasst sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes und ist sehr leicht und flexibel. Sein leistungsstarker Akku ermöglicht bis zu 14.400 Scans. Außerdem haben Sie stets beide Hände immer frei und sind somit viel produktiver in Ihrem Unternehmen. Im Lieferumfang ist nur der Scanner enthalten. Eine Ladestation und Ladekabel können separat bestellt werden. Der Scanner lässt sich sehr bequem auf dem Finger tragen. Der Zebra RS5100 hat sowohl Standard-Scan-Reichweite als auch eine hervorragende Zielgenauigkeit mit einem roten Laser-Zielkreuz. Das Aufladen ist leicht und erfordert keinen großen Aufwand. Das Gerät lässt sich einfach, schnell und unkompliziert zusammensetzen, zum Beispiel nach einem Akkuwechsel, und ist direkt danach wieder einsatzbereit. Mit dem Zebra RS5100 erhalten Sie einen Handrückenscanner, der ohne großen Konfigurationsaufwand direkt im Außenbereich, Lager oder in der Produktion eingesetzt werden kann. Seine vielfältigen Funktionen ermöglichen auch in anspruchsvollen Anwendungen ein effizientes Scannen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop oder melden Sie sich direkt für eine Beratung via Telefon oder E-Mail.